Die eigenen vier Wände verschönern und gleichzeitig etwas Gutes tun. In der Citykirche in Reutling ist das am 28. und 29. August im Rahmen der Aktion Art Charity Kunst hilft helfen möglich. Dort stellen Künstler ihre Gemälde und Kunstgegenstände aus, die noch bis Donnerstag in Augenschein genommen werden können. Am Freitag und Samstag können die Werke dann von 12 bis 18 Uhr erworben werden, während nebenbei sogar live ein Bild aus Acryl auf die Leinwand gezaubert wird, und zwar von Künstler Eduard Stuckern. Der Erlös soll vier besonders schwer betroffenen Familien zukommen, die von den Partnerorganisationen der Kirche ausgewählt werden. Auch der Künstler erhält einen kleinen Anteil. Auf diese Weise kann anderen künstlerisch leicht geholfen werden.